Herzlich willkommen zum Videotraining Einstieg in WordPress. Mein Name ist Wladimir Simovic. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Perunet Webwalking MbH und arbeite seit mehr als 13 Jahren mit WordPress. Im folgenden Videotraining werde ich Ihnen zeigen, wie Sie WordPress sicher installieren, wie Sie es anpassen, wie Sie Texte, Bilder und andere Dateien einfügen, kurz gesagt, wie Sie bloggen und natürlich, wie Sie Plugins und Teams installieren. Sie werden all das lernen, was für einen erfolgreichen Start und einen reibungslosen Betrieb Ihrer WordPress-Projekte notwendig ist. Ganz egal, ob Sie mit WordPress einen Weblog führen wollen oder ob Sie WordPress als klassisches CMS für ein Webprojekt ohne Blockcharakter einsetzen möchten.